Herzlich Willkommen wieder beim einzigen Ort der Wahrheiten auf dieser Erde. Denn nur die Kombination Physik plus Chemie plus Biologie, inklusive alle Varianten der Psychobiologien, der Soziobiologien, der Psycho-Neuro-Immuno-Biologischen Perspektiven und so weiter. Nur da kriegen sie komplette Wahrheiten. Alles andere ist total fragmentiert, in Einzelsplitter zersplittert und ist eben nicht die gesamte naturwissenschaftliche Wahrheit. Ja, hier unser Tagesbild nochmal einrücken. Schönen Augenblick, das auch so, das ist, passt ganz gut so. So, ja, ich glaube, so haben sie das Tagesbild schön im Bilde. Leiden sie auch unter der Maskenzeit? Also ich finde, das Gefährliche an der Maske ist ja letztendlich, dass man, wenn man zum Sport geht, dass man dann eventuell einen Anruf kriegt, weil irgendjemand falsch irgendwo gehustet hat. Und dann einem Zwangstest unterzogen wird und dann in eine Zwangsquarantäne, also ins Zwangsquarantäne-Gefängnis kommt, eingesperrt wird und so weiter, zu Hause eingesperrt wird. Das ist das, was mir den Sport verdirbt oder verleidet bis jetzt jedenfalls. Und das hat dann schon negative gesundheitliche Wirkungen, weil ich mich dann doch beim Sport etwas mehr, ja, mehr für meine Kondition tue, als beim Joggen in der Wohnung zu vorträgen. Ja, wie gesagt, einziger Ort der Wahrheit in der Welt. Da war es schön, jetzt auch mal wieder Andreas Michalsen zu begegnen. Ich gehe dafür mal auf unsere Tagesthemen. Kurz Nachrichten und Tagesthemen. Bei uns ist ja quasi Tagesthemen und Tagesschau in einer Sendung. Heute und heute Journal in einer Sendung zusammengefügt immer. Ja, also, Greta Thunberg, also wichtig ist jetzt erstmal Jörg Spitz zum Beispiel. Jörg Spitz und Andreas Michalsen sind zwei Leute, die wir, früher haben wir auch Dr. Med. Jörg Spitz durchaus empfohlen. Herrn Professor Jörg Spitz und Professor Andreas Michalsen empfehlen wir nach wie vor noch, sozusagen auf unserer Homepage. Aber man sieht auch dort immer diese Fragmentierung. Also er selbst, Professor Andreas Michalsen, übrigens ist die Sendung mit ihm aufgetaucht beim, ich glaube, es heißt RPP-Institut. Ich vermute, dass das der Sender vom Herrn Dr. Bonelli, Raphael Bonelli ist. Also wenn Sie bei Raphael Bonelli nach den neuesten Sendungen schauen, dann werden Sie auch sicherlich diese Kongress-, Online-Kongress-Sendung mit Professor Andreas Michalsen irgendwo finden. Aber im Prinzip war es nichts Neues, sondern eben wesentlich wieder, dass auch dort die Fragmentierung ist. Also Professor Michalsen stellt Corona, die Gefährlichkeitseinschätzung seiner Kollegen nicht in Frage. Er kennt aber richtig, dass wir natürlich das Immunsystem stärken müssen, dass wir eine Lebensstilmedizin, eine Mind-Body-Medizin und so weiter selbstverständlich brauchen. Aber er kennt dann wieder nicht, weil ihm dieser Gesamtblick, Physik, Chemie, Biologie und so weiter, dieser naturwissenschaftliche Gesamtblick fehlt, der nämlich sagt, ja, wir müssen das System ändern. Der Arzt muss belohnt werden, also sozusagen anhand meiner, wenn mein Hausarzt und mein Lebensmittelhändler und so weiter, wenn alle diese Leute mir helfen, dass meine Wohlfühlstimme besser wird, meine Gesundheitsdaten besser werden und meine Langlebigkeitsdaten sehr gut sich entwickeln, dann darf es nur noch Verdienstzuschläge für Ärzte geben. Also Ärzte sollen gut verdienen, aber dann, wenn sie Krankheiten verhindern und Gesundheit bewiesenermaßen fördern. Und da fehlt es eben sowohl bei den Professor Spitz als auch bei Professor Michalsen an diesem tiefen Einblick. Der fehlt Ihnen, ja, und deswegen ist das natürlich nur bedingt empfehlbar, sozusagen, aus naturwissenschaftlicher Sicht. Ich hatte gerade ein Gespräch mit einem Assistenten oder Mitarbeitern dieses Kongresses, ja, und da waren wir uns auch einig, zum Beispiel wie hochproblematisch natürlich bei der Gemeinwohlökonomie eine einfach so Begrenzung des Gehaltes von Topkräften auf das Zehnfache, maximal Zehnfache des niedrigsten Einkommens, dass es natürlich zu einer drastischen Abwanderung von Spitzenkräften in das Ausland führen würde und dann Deutschland als verarmtes Land zurückbleiben würde, ne, oder Österreich, je nachdem, wir waren ja gerade dann im Telefonat in Österreich. Ja, dann der Arzt Dr. Med. Wolfgang Wodag war ja damals auch bei Eva Herrmann gewesen, ja, und Eva Herrmann und Andreas Popp, da kam eine neue Sendung, dass sie irgendwie aufhören, ja, und einer der Schlusssätze von Andreas Popp war, war, glaube ich, so ungefähr sowas wie Das Dunkel wird nicht siegen können, ja, da ist eigentlich alles damit gesagt. Es gibt dieses Dunkel nicht. Es gibt dieses Dunkel nur in der Fantasie von, sozusagen, als Irrtum, ja, denn es ist auch so, wir dürfen in unserer Gesellschaft Strafanzeigen stellen gegen jemanden, ja, Zum Beispiel könnte man ja, anstatt irgendwie, irgendwie dunkle Absichten zu unterstellen und damit Menschen sozusagen illegalerweise und verbotenerweise zu beschuldigen irgendwie und ihnen irgendwelche bösen Absichten zu unterstellen, ja. Da war auch eine Sendung mit Oliver Janisch, wo es auch um Satanisch ging, der wohl offensichtlich auch viel gesperrt wird im Internet. Ja, da ist eben so der Punkt, ja, wenn ich dem anderen Menschen irgendetwas Dunkles oder Satanisches vorwerfe, dann bin ich ganz schnell im Bereich eines unberechtigten Schuldvorwurfs, also eine beweislose Schuldunterstellung. Und dabei haben wir doch das Recht zur Strafanzeige. Also sozusagen Oliver Janisch kann doch die Person zum Beispiel, wenn jemand meinen sollte, dass Bill Gates da irgendwie böse oder dunkle oder satanische Dinge, auch das gilt nochmal für Attila Hildmann auch, ja, wenn diese Personen doch meinen, da wäre irgendwelche böse Planung im Spiel, dann haben wir doch das Recht, überall Strafanzeigen gegen diese Personen zu stellen. Das Recht, was wir aber nicht haben, ist einfach denen eine beweislose Schuldunterstellung gegenüber diesen Menschen zu tätigen. Und dass das dann auch sozusagen zu Problemen mit YouTube führen kann, das ist natürlich so, ja. Wenn ich beweislos, dann ist es nämlich eine falsche Verdächtigung oder zumindest eine unbewiesene und damit aber falsche Verdächtigung oder eine Verleumdung, eine Diffamierung und so weiter. Und wenn dann Andreas Popp sagt, das Dunkel wird nicht siegen können, dann zeigt das, dass diese beiden, Eva Herrmann und Andreas Popp, jederzeit bereit sind, sozusagen anderen Menschen leichtfertig irgendwie Dunkles zu unterstellen. Und von daher ist das, wäre es, ist es aus meiner Sicht nicht schade, wenn die beiden mit zumindest einem Teil ihrer Sendung jetzt aufhören wollen. Ja, dann, worauf mich nochmal Professor Michalsen erinnert hat, ist die Dunkelheit in der Nacht, ja. Ich folge da der Empfehlung, ich mochte also selbst auch diese Augenmasken nicht besonders, die waren irgendwie nervig, fand ich. Und da ist es dann so, dass ich auch den Weg, die Empfehlung im Forum der Next Scientist for Future beziehungsweise des Weltrates, also dem Weltrettung, ja, ja, wo ist das Forum, na, hier ist es doch, Moment, da ist doch das Forum, nee, da ist die, Weltrettung, ja, danke, so heißt es. Und da gibt es dann eben hier die, die zum Beispiel hier die Gesundheitstipps und Neues, ja, und da steht auch im ersten Beitrag drin die Empfehlung, einfach alte Baumwollpullis zu nehmen und sich dann zum Beispiel zwei Ärmel beim Nachts über die Augen zu legen davon. Wenn es kälter ist, kann man sich noch mehr über den Kopf legen. Ich habe auch früher mal experimentiert, damit also T-Shirts über den Kopf zu ziehen, also so, dass dann Augen bedeckt sind und der Kopf schön warm gehalten wird, weil ich ja grundsätzlich nicht heize und immer das Fenster so weit wie möglich aufhabe und so weiter. Ja, aber man kann sich eben auch behelfen, indem man einfach mal mehr von diesem Baumwollpullover über den Kopf legt und mal nur ein oder zwei Ärmel über die Augen, wenn man es nur dunkel haben will und nicht ärmer. Also das als Tipp, um also den Melatonin, die Melatonin sozusagen, ja, die Melatoninausschüttung zu begünstigen und besser zu schlafen. Ja, hier nochmal unser Tagesbild. Ja, dann war eine Sendung, da ging es darum, das wurde auch drüber gesprochen, dass Tests in zum Beispiel einem Altenheim gemacht wurden und dann gab es 56 positive Tests, aber alle waren ganz pumperl gesund, ja. Und dann wurde nochmal ein anderer Test benutzt und dann waren plötzlich nur noch zwei Personen testpositiv, ja. Also was ist da los? Also es scheint ja zu sein, je nachdem, welchen von den, glaube ich, hunderten verschiedenen vermeintlichen Corona-Tests man verwendet, kriegt man eine ganz unterschiedliche Rate und Masse an falsch positiven Testergebnissen, ne. Das fand ich also auch nochmal interessant in einer Sendung, ne. Ja, dann gehe ich erst einmal jetzt nochmal hier auf verschiedene Kurzmeldungen ein, ja. Kurzmeldungen. Also hier wieder, ich glaube, gestern war es wieder die Heute-Sendung, also die alte Heute-Sendung, nicht unsere wissenschaftliche Tagesschau heute, sondern eben die nicht-naturwissenschaftliche Konkurrenz sozusagen. Da war es eben so, letztendlich, dass wieder gezeigt wurde, ja, entscheidend war, was nicht gezeigt wurde. Es wurden nirgendwo Schwerkranke gezeigt oder Tote gezeigt oder Zahlen von Schwerkranken oder Toten. Es wird immer nur sozusagen von positiven Testergebnissen erzählt. Und ich habe ja eben gerade geschildert, wie scheinbar es nicht nur von der Testmenge, sondern auch von der Testqualität abhängt, wie viel falsch positive Testergebnisse ich erzeuge. Und ich kann die ja dann offensichtlich in beliebigen Massen erzeugen, ohne dass dabei böse Absicht eine Rolle spielt, sondern einfach nur, wenn irrtümlich eben auch Tests verwendet werden, die in Wirklichkeit außergewöhnlich viele falsch positive Testergebnisse bringen, dann kommt es natürlich sehr schnell zu einem sehr dramatisch aussehenden Bild. Aber wie gesagt, ich empfehle einfach nur zu hören, wo ist der Bericht über die Zahl der Schwerkranken oder auch die Gespräche mit Schwerkranken und deren Bekanntenkreis oder Verwandtenkreis oder gar Toten und so weiter. Und da mangelt es, weil möglicherweise nichts los ist. Denn warum sonst sollte das, was ja die Bevölkerung mehr denn je überzeugen könnte, großes Thema ist ja gerade die Leichtsinnigkeit der Weltbürger im Umgang mit Corona. Ja, Schluck Wasser. Übrigens nicht vergessen, die Sendung schneller zu stellen, weil ich ja so langsam spreche. Ja, also wie gesagt, das wird ja über die Leichtsinnigkeit der Weltbevölkerung im Umgang mit Corona überall massenhaft berichtet. Ja, und ja, bitteschön. Dann könnte man doch diese Leichtsinnigkeit ganz schnell beheben, indem man überall über die Schwerkranken und die Toten und deren Bekanntenkreis und Verwandtenkreis berichtet. Das ist aber offensichtlich nur ganz selten mal gelungen, da jemanden zu finden. Ja, einzelne Personen, die sich dann, eine Dame hat sich beschwert, dass ihr 83-jähriger Vater nicht mehr genügend Versorgung gefunden hat. Und eine junge Frau hat sich beschwert, dass ihr alter Vater oder und noch ein, zwei andere sich in einem Gottesdienst gegenseitig das Virus in die Kehle hineingesungen hatten. Ja, und daran gestorben sind. Ja, aber scheinbar gelang es in Weißrussland, in Schweden, den Schlüsselländern nicht, da wirklich etwas zu erzeugen. So, dann zur Zeit haben wir nur gestern, stand gestern-heute-Sendung, nur circa 258 Intensivbetten behandelte Menschen in Deutschland. Das ist extrem wenig, wenn wir uns nochmal klar machen, dass jeden Tag mindestens 2500 Menschen ganz normal sterben. und diese 258 Intensivbettenbeleger, davon, die sterben ja nicht alle jeden Tag, dann wären es auch nur ein Zehntel der täglichen Sterberate, das auf Corona verfallen würde, sondern es sterben jeden Tag von diesen 258 vielleicht zwei oder drei oder vier, vielleicht hat da jemand genauere Daten, ja. aber wenn wir mal diese zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Leute, die da vielleicht jeden Tag von den 258 Intensivbetten Patienten sozusagen und davon wird die Hälfte beatmet, von von wir ja wissen, dass da eben circa die Hälfte davon stirbt, aber das dauert ja auch eine Zeit lang, bis die sterben, also sozusagen, wobei wir ja nicht wissen, ob sie durch die Beatmung sterben oder trotz der Beatmung sterben. Naturwissenschaftliche Schlüsselfrage, ja. Und wenn wir also vergleichen, acht Tote pro Tag auf den Intensivstationen Deutschlands werden Corona zugeordnet, sterben aber am gleichen Tag über 2500 Menschen ganz normal in Deutschland und irgendwas müssen doch die Leute sterben und meistens ist es eben irgendein Virus, ein Bakterium, das dann einem geschwächten Immunsystem, einer geringen Abwehrkraft den letzten Rest gibt, aber manchmal ist es auch ein Autounfall, manchmal ist es dies und das, an irgendwas sterben eben diese 2500 Menschen pro Tag und es spielt doch eigentlich auch gar keine Rolle an was für ein Virus oder Bakterium immunschwache Vorerkrankungs geschwächte Menschen dann letztendlich sterben, es müssen ja eben jeden Tag ungefähr 2500 sterben und da komme ich nachher ja auch dazu, dass eben wir immer noch dabei sind mit die gesamte Gesellschaft schwerst zu belasten sozusagen durch einen Corona Lockdown um eine ganz drastische Untersterblichkeit zu erzeugen, wir haben hier in Deutschland jetzt eine ganz drastische Untersterblichkeit künstlich erzeugt und das ist immer schädlich, weil der Preis immer zu hoch ist, komme ich nachher noch dazu. Also und dann wird berichtet, Herzschäden nach Corona, ja das höre ich doch bei jeder Erkältung und bei jeder Grippeerkrankung, dass es immer, auch dort immer die Gefahr einer Herzinfektion, also auf jeden Fall einer Mitbetroffenheit des Herzens jederzeit kommen kann, das ist doch nichts Neues, was jetzt speziell für Corona ist. Ja, dann, oh, toller Fortschritt, wieder die Bild-Zeitung zeigt jemanden und lässt jemanden zu Wort kommen, der Corona für eine Lüge hält, wobei ich dieser Person widersprechen würde. Lüge ist die Unterstellung einer bösen Handlung. Bitte unterlassen Sie diese Unterstellung, sagen Sie, ich halte Corona für einen Irrtum, das dürfen Sie sagen, aber Lüge dürfen Sie nicht sagen, das ist eine Unterstellung, lieber von der Bild-Zeitung gezeigter Bürger, sozusagen. Das war ein Mann. Ja, dann, die Frau Professor Maja Göpel, die ja rund um die Scientists for Future und Fridays for Future oft schon aufgetaucht war, zeigt es sich wieder und da kann ich nur sagen, oh Gott, welche Irrtümer sind möglich, sozusagen, sie spricht zum Beispiel auch von Grundeinkommen, da habe ich sie es erst mal jetzt gehört, dass sie davon spricht und sie ist sich da nicht klar, was das für eine riesige Schädigung der europäischen Volkswirtschaft bedeuten würde, also ich mache es mal ganz kurz, zeige ich es mal auch so hier, ganz kurz zeige ich es nur, ja, wie gesagt, sie sind ja hier bei den Next Scientists for Future vom World Council, vom Weltrat, so, also, ach so, nee, das wollte ich zeigen hier, also wenn wir uns mal klar machen, was es bedeutet, stellen wir uns vor, Richard David Precht, 1500 Euro pro Person, bedingungsloses Grundeinkommen, dann werden sich die Personen hier, die also berufstätigen Frauen, Professorinnen, Akademikerinnen und so weiter, werden wegen 1500 Euro nicht unbedingt jetzt mehr Kinder bekommen als bisher, was dringend nötig wäre, aber es werden alle Hauptschulabbrecherinnen sozusagen, werden das Geschäftsmodell natürlich entdecken, mit 30 Kindern kommt man dann auf 46.500 Euro maximal, wobei sozusagen natürlich ein paar Kinder wieder rausfallen, wenn sie 30 Kinder bekommen, sind ja ein paar Kinder schon über 18 und dann bekommen sie als Mutter ja nicht mehr das bedingungslose Einkommen für die Kinder, Grundeinkommen für die Kinder, sondern sie bekommen es, aber sie können ja ungefähr 18 Kinder, also sie kommen dann auf circa 18 mal 1500, da kommen sie dann sagen wir 20 mal 1500, da kommen sie auf an die 30.000 Euro Monatseinkommen netto, steuerfrei sozusagen und das wird dazu führen, dass genau dieser Personenkreis hier Massen an Kindern in die Welt setzt und da eben leider der Aberglaube daran, dass alle geborenen Kinder potenzielle Genies seien, von der Naturwissenschaft längst als riesen Aberglaube widerlegt wurde, weil die Evolution genetische ständig Ungleichheit erzeugt und generiert, also die Naturwissenschaft würden wir erwarten, wenn hier also eine Mutter 18 bis 30 Kinder bekommt, dass die Kinder hier rund um ihre Intelligenzquotienten und ihre Leistungsfähigkeit streuen und deswegen dann in diesem Bereich die Kinder wohl sein werden, dann kann eine extrem gute Bildung vielleicht noch ein bisschen dafür sorgen, dass sich das Ganze noch ein bisschen nach rechts verschiebt, aber die Illusion, dass aus diesen Kindern auch nur eines, es kann ja eine extreme Zufallsmutter Tante dabei sein, aber dass auch nur eines oder zwei oder drei sich hier dann befinden werden und also extrem nützlich für die Volkswirtschaft sein werden, das wird nicht passieren oder wird höchstens eines dieser Kinder wird vielleicht mal ein Ausreiser sein, aber die Masse wird hier liegen und die werden dann wieder Kinder bekommen und wieder 30.000 Euro Monatsgehalt bekommen dafür, dass sie lauter nicht arbeitsfähige Kinder in die Welt setzen sozusagen und daraus resultiert dann der volkswirtschaftliche Totalruin, denn die, die das bezahlen sollen, die reicheren Teile der Gesellschaft, die werden alle Deutschland oder Europa verlassen, weil sie finanziell mit diesen 30.000 Euro pro Monat für jede Hauptschulabbrecherin und ihre Kinder sozusagen das ja alles tragen müssen und alles finanzieren müssen und dann sagen die sich, nee, tschüss, wir gehen mit unseren Arbeitsplätzen in ein anderes Land und dann wird ganz Deutschland, ganz Europa arbeitslos und dann ist es ruiniert und das versteht wieder Frau Professor Göpel nicht und deswegen ist das ganz gefährlich ihre Irrtümer für uns. Dann kommt auch noch das Teilen von Arbeitszeit, das ist sozusagen das vorzeitige Wir als Naturwissenschaftler wollen auch zurück auf drei Stunden Arbeit pro Tag, weil das bei Naturvölkern völlig ausreicht, um alle Dinge zu erledigen. Der Rest heißt genießen, der Rest des Tages heißt genießen, da wollen wir auch hin, aber nicht vorzeitig, nicht bevor wir noch durch angriffslustige marktwirtschaftliche Staaten bedroht sind, die uns vielleicht so behandeln, wie wir Europäer die Nordamerikanischen und Südamerikanischen Indianervölker ausgerottet haben. Solange wir diese Bedrohung auch für uns gilt, sozusagen, dürfen wir nicht auf vier Stunden Arbeitszeit pro Tag runter. Wir müssen Hightech-mäßig in der Lage sein, uns militärisch defensiv, durch vielleicht reine defensiv Mini-Abwehrraketen müssen wir uns vor jedem Angriff und Übergriff schützen können und das würde nicht gehen, wenn die anderen acht Stunden am Tag an Angriffswaffen forschen und wir nur vier Stunden am Tag an den dazu passenden Defensivwaffen forschen. Das wird nicht hinkommen. Auch dort würde uns Frau Professor Göpel leichtfertig durch ihre Irrtümer einer großen militärischen Ungeschütztheit ausliefern sozusagen. Dann empfiehlt sie auch noch die Mindestlöhne und sozusagen gucken wir uns die Mindestlöhne ja also Frau Professor Göpel steht ja in engem Kontakt mit der Bewegung Greta Thunberg und Fridays for Future hier unten ist das ja gemeint und so weiter und sie trägt im Kopf die gleichen Irrtümer wie diese jungen Leute ja also denn wenn ich jetzt Mindestlöhne einführe das hat ja sogar der Professor Truger der linkeste wahrscheinlich links lastigste gewerkschaftliche Professor sozusagen der Wirtschaftsweisen den die vermutlich je hatten und sozusagen hat richtig erkannt ja wenn wir beim Mindestlohn es etwas überreizen dann kriegen wir dann kriegen wir Massenarbeitslosigkeit ja und deswegen also liebe Greta Thunberg liebe Fridays for Future liebe Frau Professor Göpel mit den Mindestlohnen sollten sie ganz vorsichtig sein Professor Hans Werner Sinn ging ja sogar so weit dass er sagte Mindestlohn muss grundsätzlich abgeschafft werden also ich würde jetzt auch eher dazu neigen weil was kann im Mindestlohn mehr tun als dass er Geschäftsmodelle die nicht viel einbringen unmöglich macht und dadurch dann eben wieder mehr Menschen arbeitslos bleiben und arbeitslos werden wenn wir jeden in Arbeit haben wollen müssen wir auch inkompetenten Menschen also hier wir müssen doch diesen Menschen hier wo sind sie ach so hier diesen Menschen hier ja müssten wir doch ermöglichen dass sie entweder ehrenamtlich arbeiten was ja unsere Arbeitsamtreform einschließt oder dass sie für 50 sind oder für ein Euro die Stunde arbeiten oder für zwei oder drei damit eben wir wirkliche Vollbeschäftigung haben ja wir müssen doch endlich aufhören damit über Mindestlöhne und Tariflöhne und so weiter möglichst viele Menschen in der Massenarbeitslosigkeit festzuhalten das sozusagen aber da unsere Arbeitsamtreform würde das ganze Jahr grundsätzlich ändern da kriegt dann der Mitarbeiter nur noch Verdienstzuschläge wenn niemand mehr arbeitslos ist in seinem Wirkungsbereich ja also für das es gibt Verdienstzuschläge für das dauerhafte Unterbringen von Menschen in Arbeit von Ehrenamt bis Billigarbeit bis bis zu Teurer und das Verhindern von auch nur einem Tag Arbeitslosigkeit wird sein Ziel weil er dann nur dann noch Verdienstzuschläge bekommt in ausreichender Höhe ja also das heißt wir würden das Problem lösen so dann was haben wir militärisch eine Sendung da spricht ein älterer Theologe vom militärisch industriellen Komplex und der sei dran Schuld da haben wir wieder das selbst da dasselbe hier wird wieder irgendwas eine Schuld unterstellt wir dürfen aber niemandem eine Schuld unterstellen wir dürfen jemandem eine Strafanzeige wir können zur Polizei gehen eine Strafanzeige an den militärischen industriellen Komplex beziehungsweise dessen Vertreter stellen aber wir dürfen nicht sozusagen einfach so in der Öffentlichkeit jemandem Schuld unterstellen sondern wir müssen sagen ja der militärische industrielle Komplex irrt sich ja oder wir müssen sagen wir sind auch schuld denn wir machen doch das marktwirtschaftliche tausch äh markt und arbeitsteilungsspiel wir betreiben das doch sozusagen ja also wir betreiben das das zeige ich doch jetzt mal gerade schnell ja hier wo ist es unser Tagesbild ach so ich war schon eigentlich ganz richtig wir brauchen die Memgeard die mimetisch genetische evolutionsanalyse technik und deren Schaubild ja also hier wir haben hier ein Händler der auch Stein ein Frühhändler der auch Stein extra als Frühwaffen liefert und der irrt sich nicht der erzählt die Wahrheit ach eine Kommune hat die andere über nachts besucht ach war das ein rauschendes Fest der Liebe und so weiter ja und die Getränke flossen in Strömen und ja es war herrlich mit anzusehen und dieser hier nach dem Naturgesetz von Mutation Selektion kommt es zum ersten sich früh irrenden Früh Waffenhändler und der erzählt zum Beispiel der hat Übersetzungsprobleme erzählt die Geschichte falsch ja weil er sich irrt weil er ein Übersetzungsproblem hat Sprachprobleme hat ne und er erzählt ach da hat eine Gruppe die andere nachts heimgesucht ach war das ein grausames Blutbad ja und das das Blut floss nur so in Strömen und so weiter und dann passiert natürlich automatisch etwas diese Irrtum erweist sich als extrem gewinnbringender vorteilbringender und karrierefördernder Irrtum denn die Leute kaufen ihm am nächsten nach der Erzählung der Geschichte reißen sie ihm die Steinexte aus der Hand und kaufen sie ihm ab dadurch kann er hier zwei Kinder ernähren drei Enkel zwei Urenkel und wird der Vorfahre aller großen Waffen Industrien heutzutage sozusagen während der hier eher pleite geht weil er ja die Menschen nicht besonders ängstigt und keine unrealistischen Ängste in den Menschen erzeugt und damit auch keine übergroße Kaufneigung gegenüber Waffen erzeugt und das und das insofern natürlich der militärisch industrielle Komplex im Kopf ganz voll äh äh sozusagen ähm voll Ängsten vor potenziellen kriegerischen Übergriffen immer hat sozusagen und das das natürlich auch zu diese diese Irrtümer führen dann natürlich auch zu Kriegshandlungen denn die Leute kaufen die Waffen und dann denken sie darüber nach ob sie nicht die entsprechende Nachbarkommune oder so oder weiter entfernte Kommune nicht selber präventiv töten sollten damit sie selbst nicht nachts überfallen werden können und getötet werden können und so kam dann also nach einer langen pazifistischen Menschheitsevolutionsphase wieder der Krieg in die Welt eben durch Markt und Arbeitsteilung in ungelenkter Form und deswegen heißt die Lösung die einzige Lösung natürlich dann wir müssen ganz klar sagen liebe Waffenindustrie sie bekommen weiterhin vom Staat aus Gelder aber in Völlerhöhe nur noch dann wenn die Zahl der getöteten Menschen weltweit durch Gewalthandlungen im nächsten Jahr um 5% abgenommen hat und natürlich auch in Deutschland die Zahl der durch Gewalt Getöteten abgenommen hat und dann wird dann die so wird dann der militärisch industrielle Komplex wird umgewandelt in einen Friedens- und Gewaltfreiheitsförderungsapparat der nur noch defensive Miniabwehrkajetten oder ähnliche Dinge herstellt ansonsten sich umbaut also aus Panzern da wird dann Kettenfahrzeuge für den zivilen Gebrauch herstellen und so weiter also es wird alles umgestellt und letztendlich kriegt dann die kriegt diese diese Firma dann diese Rüstung vorherige Rüstungsfirma für Friedensförderung und und so weiter kriegt es vom Staat Gelder und soweit sie dann zivile Fahrzeuge herstellt Kettenfahrzeuge und so weiter da verdient sie ja dann ihr eigenes Geld auch wieder ja sozusagen und der Staat wird eben wenn alle Staaten der Welt so vorgingen dass eben nur noch Friedens- und Gewaltfreiheitsförderung gemessen an den Zahlen der weltweit getöteten Gewaltopfer sozusagen dann wird werden die alles tun dass die gesamten Gesellschaften maximal friedlich und gewaltfrei werden ja und dann haben wir aus sozusagen aus Rüstungskonzern haben wir im Sinne von Schwerter zu Pflugscharen haben wir eine Friedensförderungsindustrie erzeugt und das ist die einzige Lösung und all die Ideen die sonst die sogenannten Friedensaktivisten so im Kopf haben die werden nie zu einem Ergebnis führen sondern nur dieses Lösungsmodell der NextScientistsForFuture.de kann also uns Frieden und Gewaltfreiheit bringen in der Welt ja so sieht es aus dann habe ich für heute noch wir gehen nochmal hier habe ich denn jetzt die Tagesthemen abgehandelt ich habe nämlich noch ein Thema nämlich zum Wolfgang Wodag war ja bei einem der beiden bisherigen außerparlamentarischen Corona Untersuchungsausschüsse sozusagen ja die Fragezeichen zu Corona haben wir ja auch schon abgedeckt heute und ja wir haben alle Themen abgedeckt nur noch Wolfgang Wodag da gehe ich jetzt nochmal drauf ein denn leider sieht es wieder so aus dass die NextScientistsForFuture als die die Wahrheitsvertreter in der Welt überhaupt sozusagen noch immer noch nicht eingeladen wurden zu den Corona aus den beiden Corona Ausschüssen also wird es wahrscheinlich nicht eine Sendung geben wo wir eingeladen werden bei einem dritten außerparlamentarischen Corona Untersuchungsausschuss und da werde ich mal bei diesem Nummer drei sozusagen jedenfalls weiß ich bisher nur von zwei ich schildere mal ganz deute mal ganz kurz an wie da zum Beispiel meine Rede als einer von vier Vertretern der NextScientistsForFuture .de wie meine Kurzrede sein wird ich werde jetzt nicht die ganze 15-minütige Rede halten sondern nur mal so ein paar Eckpunkte bringen ja und passend zum Tagesbild natürlich nochmal also erste Aussage ähm erstens wir unterscheiden immer grundsätzlich bei den NextScientistsForFuture zwischen den Mainstream-Ärzten Psychologen und so weiter und den Ausnahmeärzte Psychologen und so weiter ja das heißt Ausnahmeärzte und Psychologen erkennen sie daran dass sie auch wenn sie eigentlich ein großes Geschäft zum Beispiel mit Impfungen oder Tests machen könnten sich aber der Wahrheit und und den Patienten stärker verpflichtet fühlen als dem Geschäftstendenz und und auch so intelligent sind dass sie durchschauen können was eventuell den Menschen gar nicht nutzt sondern zwar auf ihrem Geldbeutel nutzen würde aber nicht den Menschen und nicht der Gesellschaft und deswegen haben wir dann hier jetzt auch dann in dem Ausschuss dann nachher dann auch zwei Ausnahmeärzte beziehungsweise Psychologen hier und einen Ausnahmekünstler im Umgang mit dem Thema saubere Umgang mit Zahlen ja und meine Aufgabe ist ja sozusagen die 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 Mehrheitsmeinung unter den Professoren der Next Scientists for Future so darzustellen deswegen auch als Erster sozusagen nicht zu äußern damit schon mal die Grundlinie der anderen Professoren die heute nicht anwesend sind sozusagen mal wenigstens kurz wiedergegeben ist ja und Dr. Wolfgang Wodag war als linker SPDler bei dem einen der Corona Ausschüsse mit den vier Rechtsanwältinnen und ja und genauso trete ich ja hier auf auch eher so vom Äußeren eher wie ein Wolfgang Wodag und eher wie ein Philosoph Richard David Precht mit etwas längeren Haaren der ja auch eher sich in letzter Zeit als Linker im Sinne des bedingungslosen Grundeinkommens geäußert hatte und wenn man also man darf eigentlich Naturwissenschaftler niemals in die Schubladen irgendwelcher Parteien Nähe einordnen aber da die Menschen immer dazu neigen das zu tun will ich es gleich vor sagen die Next Scientist for Future wenn sie sie mit Gewalt in irgendwelche Schubladen einordnen wollen dann müssen sie die zwischen SPD und Grüne einordnen also das heißt damit sie eine Richtlinie haben also wir sind ganz weit entfernt von jeglicher Verschwörungstheorie oder irgendwelcher Rechtslastigkeit sind wir Kilometer weit entfernt mindestens genauso weit wie Dr. Wodak und wie der Philosoph Richard David Brecht so dann drittens nee zweitens wo ist zweitens nee das jetzt kommt drittens also grundsätzlich ist es immer schädlich eine Untersterblichkeit zu erzeugen wir hatten im im Jahre 2018 angebliche schätzungsweise 25.100 oder gar mehr angebliche Grippetote und das ist eben das was ja also wenn wir uns mal klar machen dass jeden Tag im Winter bis zu 3000 Menschen in Deutschland ganz normal sterben also wir also innerhalb von neun Tagen also schon eigentlich ganz normal sterben schon mal bis zu 27.000 Menschen zu Winterzeiten innerhalb von neun Tagen also sind 25.100 Grippetote nicht wirklich viel ja denn wenn wir das mal auf 100 Tage rechnen in 100 Tagen sterben zu Winterzeiten bis zu 300.000 Menschen ganz normal in Deutschland und da ist 25.000 Grippetote zeigt einfach nur an irgendwas müssen Menschen ja sterben und natürlich Menschen mit einem geschwächten Immunsystem sterben dann eben vorwiegend an Influenzaviren oder eben an einem Coronavirus und darin ist nichts besonderes und auch kein Grund jetzt eine künstliche Untersterblichkeit zu erzeugen das haben wir aber gemacht denn wir haben trotz aller Ausweitungen der Diagnose und Todes ja Todesbescheinigungsausweitung sozusagen haben wir trotzdem nur 9.000 vermeintliche oder angebliche Corona-Tote zu verzeichnen also schon mal viel weniger als die 25.100 von 2018 und solche Untersterblichkeiten können wir jedes Jahr künstlich erzeugen denn wir können ja Menschen künstlich vor der Begegnung mit Influenzaviren oder Coronaviren bewahren aber der Preis den wir dafür zahlen ist eben so ungeheuerlich groß volkswirtschaftlich und sonst auch kollateralschadensmäßig dass wir das aus naturwissenschaftlicher Sicht gefälligst unterlassen sollten ja ja und warum neigt aber jetzt eben die Medizinindustrie dazu bei einer solchen Untersterblichkeitserzeugung mitzumachen genauso wie sie wie der Mainstream Mediziner dazu neigt bei einer Gefährlichkeitsüberschätzung von Viren sozusagen mitzumachen ja das muss ich jetzt ganz kurz erklären das mache ich ganz schnell und kurz hier nur nämlich hier ja also der erste Früharzt der Evolution sagt ach nein also diese kleinen Lebewesen für die haben wir keine Augen die sehen wir nicht dies was da eventuell an Krankheitserregern geben mag bei Kleinstlebewesen das interessiert uns gar nicht wir müssen uns drum kümmern starke kräftige Immunsysteme zu haben und gesund ernährt zu werden gesunden Lebensstil einen naturbelassenen Lebensstil zu praktizieren und dann machen uns diese Dinge die wir nicht sehen die tun uns dann auch nichts das ist ein wahrheitsorientierter guter Früharzt der allerdings wenig verdienen wird weil die Leute selten krank werden unter Bedingungen von Markt und Arbeitsteilung kriegt er da nicht viel und dann haben wir hier den ersten aufgrund des Naturgesetzes von Mutation und Selektion sich zwangsläufig irrenden Früharzt der Evolution und der sagt nein also da gibt es so winzige Tierchen und so weiter und die sind total gefährlich und außerdem könnt ihr ruhig auch denaturierte Nahrung essen an der Nahrung liegt es nicht am Lebensstil liegt nichts es liegt an der Allkraft dieser Kraft dieser winzigen Krankheitserreger die töten uns alle und so weiter und deswegen müsst ihr jetzt meine Impfungen Tests Bestrahlung Chemotherapien Behandlungen und so Antibiotika und alles mögliche kaufen und dieser Arzt wird natürlich unheimlich viel mehr verkaufen und deswegen kann der dann zwei Kinder drei Enkel zwei Urenkel und so weiter ernähren und deswegen wird er der Vorfahre von Drosten Wieler und Lauterbach sozusagen während hier diese immer unter starkem Selektionsdruck stehen und wir können uns glücklich schätzen dass wir auch heutzutage immer wieder solche Ausnahmeärzte und Psychologen haben wie sie im Weltrat und auch in der Öffentlichkeit wie Professor Bhakti und so weiter die eben einfach sagen ne mir geht es um die Wahrheit nicht um das Mitnehmen jedes schnellen Geschäftes und das heißt also dass wir hier aber die naturwissenschaftliche Beweisführung und argumentative Beweisführung dafür haben dass eben zwangsläufig der Mainstream der Medizin das mitgehen musste dann musste natürlich auch wenn wir jetzt nochmal bedenken dass die Journalisten also das ZDF und ARD einen großen Teil ihrer Gelder über Werbespots der pharmazeutischen und medizinischen Industrie beziehen ist es auch naturwissenschaftlich mit den gleichen evolutionsbiologischen Logiken zu erwarten dass es auch schon in der Vergangenheit zu Evolutionsprozessen gekommen ist die aufgrund derer viele Journalisten die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen tätig sind einfach wirklich überzeugt sind dass die pharmazeutische Industrie und die Medizinindustrie der Mainstream derselben immer Recht hätte und immer in der Wahrheit sein würde und daraus erklärt sich dann auch selbstverständlich die Tendenz der Berichterstattung in ARD und ZDF und danach richten sich dann alle anderen Medien in Deutschland natürlich selbstverständlich aus nach diesen öffentlich-rechtlichen Leitmedien ja von daher geht es jetzt weiter hier also wir brauchen also die Kombireform Ernährung Gesundheit und Pflege der nextscientistsforfuture.de damit wir nie wieder Schweinegrippe Phänomene und Corona Phänomene bekommen denn dann wird der Arzt und der Psychologe und der Heilpraktiker wird zukünftig in einem Einheitsgesundheitssystem völlige Chancengleichheit bekommen und alle bekommen sie nur noch dann gute Verdienstzuschläge wenn die Wohlfühlstimmen die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten der Kunden der Patienten und so weiter sozusagen sich positiv entwickeln das heißt das Gesundheitssystem wird zu einem Gesundheitsförderungssystem und kann dann durch einzelne Verkäufe von Impfungen und Tests nichts mehr verdienen sondern entscheidend für die Verdienstzuschläge ist der Gesundheitszustand der Kundschaft und das führt dann dazu dass wir grundsätzlich nie wieder Probleme wie eine Gefährlichkeitsüberschätzung von Schweinegrippe Viren und so weiter nie wieder bekommen werden so jetzt zum Schluss bleibt mir nur noch der letzte sechste Punkt was hätten wir der Regierung denn geraten als Next Scientist for Future wie gesagt sie werden gleich nochmal drei andere Standpunkte innerhalb oder drei in Details minimal vielleicht andere Standpunkte hören von unseren drei Fachleuten der Next Scientist for Future die nochmal individuelle Schwerpunkte setzen werden vermute ich mal aber unsere Empfehlungen die Empfehlungen der anderen Professoren der Next Scientist for Future wären in die Richtung gegangen erstmal liebe Bevölkerung also zu sagen liebe Bevölkerung da kommt irgendwas aus China betrachten wir es erstmal als eine kräftige Grippe sie wissen dann in übliche Schutzmaßnahmen wie bei jeder kräftigen Grippe empfehlen wir und ansonsten gehen wir davon aus dass das nichts besonderes ist und dann empfehlen wir bitte wenn sie dann irgendwie erkranken bleiben sie so lange wie möglich zu Hause und versuchen sie es auszukurieren wie sie auch jede normale Grippe auskurieren zu Hause und so weiter mit Hausmittelchen vielleicht oder was auch immer und dann sozusagen wenn es ganz ganz schrecklich ist gehen sie direkt in die Notaufnahme und lassen sie sich direkt aufnehmen und so weiter und lassen sie sich direkt abholen und so weiter und dann werden dort empfehlen wir der Regierung dort Biologen einzusetzen die anhand biologischer Kriterien beurteilen ob ein Mensch wirklich tatsächlich ein Intensivbett benötigt oder ob es leichtfertig in ein Intensivbett gelegt wird vorzeitig und wegen der enormen Zusatzeinnahmen durch künstliche Beatmung und ähnliche Vorgänge und so weiter also das sollte dann durch neutrale Biologen die keinerlei Beziehung wir sollten diese Biologen dann also sozusagen als Gesundheitsamtsbiologen die völlig neutral und keinerlei Beziehung zur pharmazeutischen und Medizinindustrie haben dürfen und die entscheiden dann und wenn wir dann trotz dieser Maßnahmen wirklich an den Punkt kommen dass trotz all dieser bisherigen Empfehlungen dann tatsächlich 70% der Intensivbetten auch aufgrund des Urteils der Biologen dann belegt sind dann würden wir auch empfehlen irgendwie Lockdown-Maßnahmen zu machen aber er dann erst und meine persönliche Vermutung ist dass wir diese 70%ige Intensivbetten Belegung niemals erreicht hätten wenn die Regierung so vorgegangen wäre aber dann nach 70% hätte man ja dann sozusagen einen Lockdown machen können das Tempo verlangsamen können und wenn dann irgendwie die 100% der Betten voll gewesen wären hätten wir immer noch per Flugzeug Patienten ins Ausland abtransportieren können wo auch immer noch Intensivbetten frei gewesen gewesen wären und dann hätte man die dort problemlos aufgenommen und dann wäre dem Schutz der Bevölkerung vollständig Genüge getan und wir hätten nicht auf Verdacht hin sozusagen einen riesigen Lockdown mit riesigen Kollateralschäden Gefahren sozusagen also unser Standpunkt ist also quasi ein psychoneuroimmuno biologischer Standpunkt sozusagen und den halten wir für den einzigen wirklich wahrheitsorientierten Ansatz weil wir damit auch sehen dass zum Beispiel auch ja zum Beispiel Ärzte mit Homöopathie zum Beispiel einen sehr positiven Einfluss auf das Immunsystem auf den psychoneuroimmuno biologischen Status von Menschen haben können und deswegen natürlich völlige Chancengleichheit im Gesundheitssystem bekommen sollten wie alle anderen auch die Zahlen werden es knallhart beweisen was wirklich Gesundheit fördert und was weniger Gesundheit fördert völlige Chancengleichheit im Gesundheitssystem ja so das wäre jetzt meine Kurzrede gewesen sozusagen vor dem Corona-Ausschuss Nummer 3 dann ja und ich werde mir dann die Zeit messen wie viel Zeit ich dafür jetzt gebraucht habe ja das war's mit unseren heutigen Tagesthemen es war mit das war's mit dem einzigen Ort der Wahrheit auf dieser Welt der kumulativen und additiven naturwissenschaftlichen Wahrheit auf der Welt auf der Welt und ja ich hoffe dass sie das auch so sehen wenn nicht ist das nicht der richtige Ort für sie hier alles klar tschüssi bis bald tschüssi bis bald